So, bist du drinnen? Bist du drinnen über Ertragung? Ich bin drinnen. So, was wünschen wir uns? Rot oder schwarz? Am besten gleich Hose und Oberteil in einer Farbe. Auf gehts, aus der Kiste. Ui, 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 ich bin ja ganz nervös. Das ist der schwarze Oberteil. Ui, das gibt's nicht, schade danach. Na, und jetzt die Hosen. Oh mein Gott, ich hab die ganze Hose gezogen direkt! Ich hab komplett Louis Vuitton ins schwarz gezogen. Ahahahahahahahahahahaha